und herzlich willkommen hier zurück zu kena und die brücke der geister kann man das so sagen wirtschaftspirits ja oder kann man so sagen ja und wir sind in der letzten folge durchs tor und müssen jetzt hier gucken was hier passiert okay erster blick und das rätsel sieht sehr einfach aus da sind sterne am himmel und zwar ein stern zwei sterne drei sterne das war ein rätsel nach meinem geschmack tja gut okay dann können wir jetzt hier durch eigentlich oder hoch wo sind wir jetzt ok ach du scheiße ok oha war da noch irgendwo einer wo sind die jetzt hin wo ist denn die da blödes dreck ah cool kann ich von hier aus bäm da ist ein blümsche was kann ich mit dem blümsche machen ähm komm ich da komm ich da dran hä nee was genau muss doch bestimmt hier durch oder da leuchtet was ok ok alles nein stopp oh gott nein nein ach du scheiße ok ich verstehe das machen wir nochmal und diesmal am besten mit ein bisschen mehr elan und ich glaube ich schieße auch nicht drauf ich lasse die so die sollen nach und nach explodieren dann habe ich mehr zeit oder so jetzt oder ja glaubt das war gut oder hilfe da sind wieder sterne 4 keine ahnung was sie bedeuten aber da sind erstmal gegner ich glaube ich mache erstmal die gegner rund das war das war einer das war einer Ah, tschüss. Es läuft, es läuft. Ich habe gerade gedacht, wo ist denn hier die Blume? So, da sind vier Schalen und da sind irgendwelche, da wo ich ja auch schon hier auf der einen war. Warte mal, was ist denn hier? Ist auch eine, glaube ich, oder? Jetzt ist über der, da ist ein Stern. Na, warte mal, ich gucke erst mal nach den anderen, glaube ich. Also links 1. Muss ich irgendwo, ah hier, haha, macht mal da, nein, mach mal dahin. Oh, oh. Oh, ich spreche jetzt nicht meine Jungs. Äh, gut. Tragt ihr mal dahin. Ich guck schon mal hier. Vier. Das ist das zweite von rechts, oder? Die vier. Kann das sein? Ach da. Drei, dann ist das hier die zwei, oder? Wir gucken mal. Ja, scheint richtig gewesen zu sein. Sehr cool. Das war jetzt das. Ach hier, siehst du. Ja, war richtig. Oh Mann. Alles klar. Dann. Auf, auf und davon. Ich meine, die Klippe runtergefallen. Kannst du dich mal festhalten, bitte? Danke. Was ist das hier? Äh, Entschuldigung. Ach so. Rhythmo? Ja. Ja. war das jetzt so sonderlich klug ich weiß nicht ob das so sonderlich klug war aber es klingt noch drei auf einen streich sehr cool ich habe froschenmals wieder so einer also da müssen wir auf jeden fall noch mal die eine truhe probieren die verfluchte ist immer so knapp an der kante hier freunde da ist eine truhe was ist hier so entschuldigung für den hustler aber dann musste ich gerade mal stumm schalten bin ich zu weit weg oder was war denn das jetzt jetzt ja ich war zu weit weg doch jetzt aber ja so eine erinnerung da ist auch noch eine post hahaha goldgrube hier geister post und neuer hut und es sieht aus wie so ein samurai gut oder ja sehr geil immer so knapp an der kante hier alleine wo bin ich jetzt wieder jetzt bin ich wieder hier kann ich das da ist zu weit oder das ist zu weit ok müssen wir irgendwie hier oben rum das krieg nicht gebacken von hier aber das hier waren wir doch gerade schon oder ach so aber vielleicht jetzt von hier oder von da hinten warte warte ja geil ganz geile nummer und ich stehe wieder hoch wie sie da unten sitzen so warte mal gut dann auf ein neues ja so geht's ja so geht's ja 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 ach so ich bin jetzt okay jetzt kann ich einfach hier mich das hin ein stopp falsche knoppen ja ja ok ohne hüpfen ging auch ohne hüpfen ein wort da hinten stehen wieder ja ja okay alles klar hallo jemand zu hause ist aber die große glocke so dann bimmelt mal da kommt was ich verdrück mich mal hallo das ist doch Raiden oder? alter das ist Raiden ok schau dich mal oh alter alter äh äh was tschö ich hab ihm gut weggeschossen jetzt sieht er aus wie äh sauron äh ja tach aua alter mach mal halblang jetzt ich hab dich auch lieb alter haut der rein äh ja tschüss ich äh ähm tschuldigung ouch ey das ist nicht fair alter haut der rein äh 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 ä ä ä Oh la la! Entdeckt das Relikt, Dorfwappen! Oh, ich kann direkt meditieren. Warte, dann machen wir das erst. Wenn das mal kein Bug ist. Guck mal, ich habe einen Zwilling. Der schnüffelt an meinem Po. Ah ja. Der Toshi. Na gut. So. Kann ich nochmal bimmeln oder passiert da was, wenn ich nochmal bimmel? Kommt dann Raiden nochmal? Ne. Hier gibt es nichts mehr? Ne. Da falle ich nur runter. Hier wahrscheinlich auch. Ja. Das macht hier so Geräusche. Der Baum ist schön. Geronimo. Ne, das mache ich nicht. Muss ich jetzt hier wieder zurück oder was? Da hinten? Ne, das ist nur das Wasser, was da durch die Ritze glitzert. Hier hat Ritze gesagt. Ja, dann gehen wir. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt hier rumschwimmern. Und schwimmen wir. Das mit den Lampen da in dem Wasser sieht so geil aus. Dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Das mit den Lampen. Das mit den Lampen. Da, das ist immer wieder viel. Das mit den Lampen da. Das mit den Lampen steht. Das mit den Lampen steht. Bis zum nächsten Mal.